Willkommen auf unserem Kanal. Hier veröffentliche ich Testberichte über die besten Elektronik- und Haushaltsgeräte. Heute habe ich das Beko B3WFU58415W1 Waschmaschine im Test. Haben Sie etwas über dieses Modell zu sagen? Schreiben Sie es gerne in den Kommentaren. Und wenn Sie mit dem Gedanken spielen, sich dieses Gerät zu kaufen, schauen Sie sich gerne die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie den aktuellen Preis und die Verfügbarkeit im Handel. Genug geredet. Kommen wir nun zum Testbericht. ProSmart Inverter Motor. Effizient und langlebig mit geringem Geräuschpegel. Sorgen Sie sich beim Waschen nicht um Ihre Stromrechnung. Dank des bürstenlosen Motordesigns bietet der ProSmart Inverter Motor einen geringen Energieverbrauch, einen niedrigeren Geräuschpegel sowie eine höhere Lebensdauer. Stain Expert Programm. Gründliche Entfernung von 24 Arten von Flecken. Haushaltsessig, Zitronensaft und Spülmittel werden jetzt nicht mehr gebraucht. Sie gehören in die Küche und Ihre schmutzige Wäsche gehört in eine Waschmaschine mit Stain Expert Programm. Ob Kaffee, Ketchup, Schokolade, Make-up oder Blut. Stain Expert wurde speziell dafür entwickelt, 24 verschiedene Fleckenarten zu entfernen, damit Sie Flecken nicht mehr vorbehandeln müssen. Express 14 Minuten Kurzprogramm. 2 Kilogramm saubere Wäsche in 14 Minuten. Nicht alle Kleidungsstücke müssen intensiv gewaschen werden. Manchmal ist ein schneller Waschgang völlig ausreichend. Mit dem 14 Minuten Kurzprogramm Express können Sie bis zu 2 Kilogramm Wäsche in nur 14 Minuten waschen. 2 Kilogramm klingen erstmal nicht viel, das sind jedoch knapp 20 T-Shirts. Aqua Wave. Wellenartige Trommelbewegung für sanfteres Trocknen. Kleidungsstücke werden in der Waschmaschine oft strapaziert. Daher haben wir das Aqua Wave System mit gewölbtem Türglas und speziellen Schaufeln entwickelt, das Ihre Wäsche wellenartig in der Trommel bewegt. Die Kleidung wird sanfter behandelt und die Waschleistung verbessert. Wenn Ihnen jemand das nächste Mal ein Kompliment zu Ihrer Kleidung macht und Sie darauf ach ist schon uralt antworten, müssen Sie nicht mal mehr flunkern. Daily Express Programm. Reinigung bei voller Beladung in 28 Minuten. Wenn der Waschgang in Ihrer Waschmaschine eine Ewigkeit zu dauern scheint, versuchen Sie es mit dem. Mit Daily Express können Sie in nur 28 Minuten bei 30 Grad Celsius eine volle Ladung waschen. Die Wäsche ist fertig, noch bevor Sie Ihre Lieblingsserie zu Ende geschaut oder Ihr Workout beendet haben. Hygiene Plus Programm. Ultrahygienische Ergebnisse bei jeder Temperatur. Menschen mit Allergien wissen nur zu gut, dass manche Milben und Bakterien auch nach dem Waschen auf der Kleidung verbleiben können. Das Hygiene Plus Programm kombiniert empfindliche Temperaturregler mit zusätzlichen Spül- und Schleudergängen, um sicherzustellen, dass diese Mikroorganismen aus der Wäsche entfernt werden. Der 60-Grad-Zyklus arbeitet in einem Bereich von 20 bis 90 Grad, um bis zu 99,9% aller Allergene zu eliminieren. Outdoor Sport Programm. Schutz für wasserfeste Kleidung. Wenn Sie Outdoor-Aktivitäten oder Sport betreiben, wissen Sie, dass Sie nicht nur die richtige Ausrüstung, sondern auch die richtige Kleidung benötigen. Die geringe Rotation des Outdoor-Sportprogramms verhindert Reibung in der Trommel, sodass Ihre Kleidungsstücke wasserfest und atmungsaktiv bleiben. Also nichts wie rein ins Abenteuer. Fast Plus. Bis zu 55% schnellere Reinigung, wenn Ihnen das Leben einfach zu kurz ist, um stundenlang auf die Waschmaschine zu warten, haben wir eine Lösung. Die Fast Plus Funktion erkennt die Art des Gewebes und die Menge der Wäsche automatisch und optimiert so das Waschprogramm. Daher lässt sich die Programmdauer auf Knopfdruck um bis zu 55% reduzieren. Damit ist unser Test des Beko B3 WFU 58415 W1 Waschmaschine nun abgeschlossen. Gefällt Ihnen dieses Modell und möchten Sie den aktuellen Preis wissen? Schauen Sie sich gerne die Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie sie in die Kommentare. Ich werde sie gerne beantworten. Ich freue mich, wenn Sie dem Video ein Like geben und uns abonnieren. Ich bin schon dabei, das nächste Video zu erstellen. Um es nicht zu verpassen, klicken Sie gerne auf die Glocke. Bis dahin!